Zugangscode Black Viking. Geben Sie mir eine sichere Leitung zu Metal 01. Price, danke für den Tipp wegen Kingfish. Übrigens hat Onkel Sam eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt. Die sollen sich hinten anstellen. Volk, Makaros Bombenbauer, ist in Paris. Wir müssen handeln, bevor er untertaucht und ich schaffe das nicht. Ich kann nur dir das anvertrauen. Bin ganz so. Dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Fregator Industries vertrieben. Ich besuche ihr europäisches Hauptquartier. Französische Sondereinheiten haben Volk gefunden. Die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt, wird aber festgenagelt. Und wir sollen sie entnageln? Kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Volk lebend. An alle Stationen, hier Romeo 595. Zivilisten im Lovre sind tot. Fordere Dekontaminierungseinheiten und Sanitäter. 595, hier Overlord. Negativ. Eine GIGN-Truppe mit Paris wird gebraucht. Überprüfen die Zivilisten und bewegen ihr Team aus der Wolke. Hier ist noch alles vom Chemieangriff verseucht. Die Masken auflassen. Truck wird in Gäste in Bewegung. Roger. Binnen einer Stunde an der Landezone. Viel Glück. Metal 01, die GIGN-Truppe ist im Palme d'Or Restaurant festgenagelt. Drücken Sie dorthin vor. Nur so können wir Makarov überhaupt finden. Roger wird gemacht. Klingt, als wäre 595 übel getroffen. In der Einheit sind viele Grünschnabel. Heute ist niemand ein Grünschnabel. Aufpassen. 0-1, passen Sie auf. Die GIGN erleidet schwere Verluste. Die halten nicht mehr lange durch. Beeilung! Sonst schaffen Sie es nicht mehr zum Treffpunkt. Stellen Sie mich durch. Hier ist Zweeper. Wie lang genug? Drei Minuten. Halten Sie Ihren Perimeter. Wir sind fast da. Verstanden. Beeilung bitte. So geht's. Geh in der Bewegung. Geh in der Bewegung. Geh in der Bewegung. Geh in der Bewegung. Unter Schuss! Sicher! Tür überprüfen! Das Restaurant am Ende dieser Straße! Saber! Hier ist Sandman! Feuer im Norden einschränken! Wir kommen durch! Verstanden! Merde! Das ist ein Weg ohne Anblick! Bala! Du bist hier! Das ist die G.I.G.L. Alle, alle! Sind das alle? Wie ist der Status? Noch sieben Malen. Wo ist Volk? Die Russen haben von den Katakuben aus einen chemischen Angriff durchgeführt. Volk ist wohl noch dort. Wir geben Rückendeckung. Wo geht's lang? Overlord, hier in Metal 01. Zusammenschluss erfolgt. Sind zur Position der Zielperson unterwegs. Wir müssen den Hof durchqueren! Los! 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 Der Kickenlofer oben auf der Treppe! Der Kickenlofer oben auf der Treppe! Der Kickenlofer oben auf der Treppe! Wir sind auf! Ich bin der Fall. Was ist das? Die Klasse runter. Los jetzt. Verbündete gesichtet. Bitte Ziele markieren. Lassen Sie sich mal den Hubschrauber an. BTR am Ende der Klasse. Wird meine Rauch geraten. Bestätige Markierung. Greif an. BTR, verschüttet. Wir sind fertig. Der Reingang ist da vorne. Metal 01, mein Treibstoff geht aus. Brauche 10 Minuten zum Nachtanken und Nachladen. Over. Verstanden. Danke für die Hilfe, Warhammer. Ihr Drüben. Der Reingang zu den Katakomben. Der Reingang zu der W карte Syndrome auf den Abhallo. Verstanden. Überdurchmen. Traffic opinion. Der Charme. Der Charme. Der Charme. Die. Der Charme. Wer fasting. Überprüfungsaufgabe! Moment, Moment! Keine Minier-Minierungen in diesem Bereich! Masken-Maskener sind aus dem Augen aufgehalten! Wir müssen unsere Signatur reduzieren. Nur eine Lichtfelle! Verstanden! Ihr wach! Gut dranbleiben! Metal 01, Blue Fork Tracker hat Ihre Position eingeloggt. Wir sind in der Katakombe! Rücken zur möglichen Zielposition vor! Verstanden, 01! Wir schicken eine Ranger-Einsatztruppe an Ihre Position! Markieren Sie Ihren Weg mit Leuchtsignalen, damit Sie sie finden! Anweisung verstanden! 01, Ende! Alles gesichert! Vorwärts! Steck nach Scheiße hier unten! Daran ist wenigstens noch niemand verstorben! Wo ist der Rest der GEVM? Die Kaserne bei Saturi wurde letzte Nacht von einem Schimmenschlag getroffen. Die Meistern starben in Minuten! Ein Freund von mir, meine ich! Je suis désolée! Deshalb muss dieser Volk auch für seine Daten bezahlen! Oh, das wird der Boss! Dann werde ich saubern! Aufmerigung! Komm! Hemmer mit Laage! Aber Herr! Die Bedürfnisse schadet... Fang Zieger so, 100 Meter. Zieger, 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 Zieger. Zieger, Zieger, Zieger. Zieger, Zieger, Zieger. Zieger, Zieger, Zieger. Zieger, 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 Zieger. Zieger, 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 Zieger. Zieger, 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 Zieger. Zieger, Zieger. 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 Die Personen, komm! Weiter Feuer! Vollgas! Brust, ich brauch dich ja hin! Feindliche Panzer kommt aus der Gasse! Geht ab! Geht ab! Geht ab! Das war's für heute. Schießt schon! Wir sind hier draußen! Fluchtfahrzeug erledigt! Raus hier! Komm schon, Arschloch! Hier, Metal 01! Treffer! Gold ist gesichert! Na? Nicht kleiner Hurensohn! Bringen Sie ihn zur Befragung rein! Wir holen alles aus ihm raus, was er über Makarov weiß! Truck, wir haben Volt! Sind unterwegs! Verstanden! Raptor 2 wirft den Motor an! Naja... Achtung... Jetzt! Ich hoffe euch, dass wir hier jetzt vollkommen, weil... ich werde dann später einfach mal wieder produzieren, wenn die wieder aufgehen. Ich bin los! Das ist eigentlich... Guck. ... Vielen Dank.